so dann geht es dir jetzt auch mal so langsam weiter mit professor rechten nachdem das stream gestern ausgefallen ist möchte jetzt erstmal hier wieder ganz zurück laufen es war richtung tor und da noch mal alles abgehen so kann man hier noch irgendwas machen da ist ein verstecktes rätsel ok diese schmutzige glas erinnert mich an ein rätsel dass ich mal vor einiger zeit gehört habe rätsel 26 flasche voller bazillen in einer flasche wohnt eine einzige bazillen nach einer minute zeit teilt sie sich in zwei bazillen nach einer weiteren minute teilen sich die beiden wieder so dass sich nun insgesamt vier bazillen in der flasche befinden bei diesem tempo ist die flasche nach genau einer stunde ran voll mit bazillen wie viele minuten wird es dauern bis die flasche voll ist wenn sie am anfang zwei bazillen enthielte 59 das ist jetzt wirklich einfach weil wir haben eine bazille zum anfang mehr als so eine sparung von einer minute die antwort lautet 59 minuten eine bazille braucht eine minute um sich in zwei aufzuteilen darum würde man nur eine minute sparen wenn man mit zwei bazillen am finger meine denkweise gehört richtig gut gemacht dieses glas sieht ziemlich praktisch aus ob wir es mitnehmen sollen aber luke es ist ganz schmutzig was ist denn das es ist etwas darin versteckt tatsächlich luke fass mal hinein und sie nach was drin ist ja ich greife auch immer in ein dreckiges glas rein beziehungsweise in eine dreckige flasche die flasche aber nur gut die kiene not on top würde ich mal behaupten entschuldigen sie bitte vielmals die erneute störung haben sie zufällig ramon gesehen komm luke lass uns gehen er ist nicht gerade hilfsbereit würde ich mal behaupten ganz und gar nicht verzeihen junge dame könntest du uns weiterhelfen wir suchen nämlich jemanden und tut mir leid ich kann euch nicht helfen und mit könne meine ich wohl ich kenne ramon kaum und deswegen ist mir diese suchaktion so was von egal aber es könnte eventuell sein dass mir was dazu einfällt wenn ihr ein rätsel für mich löst junge dame von wen hältst du dich eigentlich das frage ich mich auch rätsel 45 auf dem mond auf dem mond beträgt schwerkraft nur ein sechste der schwerkraft der erde folglich wiegen objekte auf dem mond nur ein sechste dessen was sie auf der erde wiegen wenn du ein 600 gramm gewicht und eine waage auf dem mond recht ist und dort das gewicht auf die waage legt ist was würde die waage dann anzeigen nur kann man schon mal falsch weil mondkraft hat jetzt schon ein sechste schwerkraft nur genau 100 gramm wäre zu einfach über 100 gramm kann es ja eigentlich ja auch nicht sein weil die waage wird ja auch weniger wiegen als was auf der erde wiegen würde bedeutet das würde dementsprechend auch weniger anzeigen als 100 gramm also kann es folgliche nur b sein stimmt genau die waage würde ein gewicht von unter 100 gramm anzeigen jede waage wird unter berücksichtigung des gewichtes des wagenschalls geeicht da auch eine waagenschale auf dem mond nur ein sechste ihres gewichtes biegt muss die waage nun ein gewicht von unter 100 gramm anzeigen also ich hab ja gehört wenn man in san minister nicht auffasst kann man arge probleme bekommen bestimmt war ramon einfach nicht besonders vorsichtig wie meinst du das und da war sie weg oje was soll ich nur tun wo liegt denn das problem an her mal sehen stark jung gesunder rücken und bin ich froh euch zu sehen wie bitte ich habe überall gesucht und ich kann sie einfach nicht finden ach moment mal vermutlich habe ich sie heute nachmittag in der nähe des parks verloren oje ich würde sie jetzt selbst suchen aber es wird langsam dunkel ja nachts ist es dort wirklich unheimlich quatsch nichts dergleichen ich bin nur kein junger hüpfer mehr und meine augen sind nicht mehr so gut wie sie einmal waren also wie sieht's aus jungchen willst du einem alten mann helfen und beim parkeingang nachsehen was aber wir stecken doch gerade mitten in den ermittlungen ich bitte dich luke kein grund unhöflich zu sein schließlich ist der park gar nicht weit weg und wer weiß ich finde wir dort hinweise die uns unsere sache weiter bringen außerdem ist es die pflicht eines wahren gentleman sehen zu helfen die hilfe benötigen wunderbar ich warte dann hier bis hier wieder kommt ich verlasse mich auf euch eine kleinigkeit nur werte her was genau haben sie denn nun verloren verloren was war das das noch was war das dann noch gleich ach ja genau meine uhr habe ich verloren meine beste armbanduhr bitte bringen sie mir zurück ja dann gehen wir einmal zurück in den park gerard hat etwas verloren er wird immer verwirrter dauern fallen ihm sachen herunter was ist es denn diesmal soll ich mal raten eine armbanduhr etwa genau er hat eine uhr verloren haben sie sie etwa gefunden klar naja um genau zu sein hat beatrice gefunden allerdings war es spät als sie die uhr fand also wollte sie sie noch bis morgen bei sich behalten geht doch einfach in die pension und fragt sie danach oh wartet momentchen noch wo ihr schon hier seid könnt ihr mir bei einem rätsel helfen ich habe zwar eigentlich angst im dunkeln aber dieses rätsel will ich unbedingt lösen in dem rätsel geht es nämlich um sterne wisst ihr vielleicht könnt ihr es ja lösen natürlich wir helfen ihm gerne sterne sonne mond und sterne schau was für ein riesiger stern am himmel wie viele dreiecke kannst du in diesem bild finden betrachtet dass du dreiecke die einander übersteigend getrennt sehen musst ok dann schauen wir doch mal ach so liebes bisschen ach man kann es zeichnen ok das wäre schon mal 1 2 3 4 5 ja das wäre hier 6 7 8 so liebes bisschen 9 das sind ja auch noch viel kleiner dreiecke 9 13 ok das ist kein dreieck 13 13 13 sonst noch irgendwelche dreiecke ich weiß wenn jetzt 13 ich bin mir nicht sicher 13 oder weniger oder mehr noch mal löschen noch mal löschen 1 2 4 4 wären 6 7 8 9 10 11 12 13 ich weiß wunderschön 14 14 14 15 ich meine das sind 15 tim danke für deinen follow 15 14 15 15 15 H upper die müssen das ja schon die dreiecke aussehen lassen also rein theoretisch nicht und das sieht hier für mich nicht wie ein dreieck aus das ist schon mal 1 das sind 24 56 7 8 9 10 11 12 13 das ist unbeschaubar liebes bisschen sieben gott hilfe achte das teigene 1 2 3 4 5 6 7 ich nicht wenn jetzt die fenster nicht dazu ziehen dann rast dich aus die fenster waren doch auch dreiecke die fenster haben aber auch dreiecke angezeigt spiel das ist eine diskriminierung gegenüber fenster vielen dank jetzt kann ich endlich nach hause gehen und mich ausschlafen jetzt erinnere ich mich Beatrice aus der pension hat gerards uhr gefunden das ist doch eindeutig flug auf in die pension keine sorge wir haben nur gemerkt dass fenster die fenster keine dreiecke angezeigt haben was eigentlich ja dreiecke waren aber diskriminierung gegenüber fenster diskriminierung gegenüber fenster das hat zu jetzt haben wir jetzt nichts offen von daher kann man ja enigma bei ein weinstehen wir können unmöglich mit leeren händen in der villa auftauchen lass uns weiter ermitteln ich stimme ihm voll und ganz zu professor dann war die pension wo hier unten hallo ihr hübschen na geht ihr schon ins bett 10.15 am morgen ja warum nicht gute nacht stream vorbei ich geh jetzt schlafen wir hörten sie hatte beim parkeingang eine armbanduhr gefunden stimmt das oh das alte ding gehört die uhr etwa ihnen professorchen ladies and gentlemen bitte spreche die zukünftigen doktoren bei ärzten dann bitte auch doktorchen an ja ich möchte gerne deren blicke sehen oh nein sie gehört gerard er hat sie heute beim spaziergang verloren und bat uns sie zu suchen das überrascht mich nicht gerard verliert doch alles was nicht an ihm festgeschraubt ist kommt mir irgendwie bekannt vor also gut hier ist die uhr wissen sie irgendwie passt sie ganz gut zu gerard dem kauz ich dachte eben sogar noch das professorchen ist viel zu schick für so ein altes teil achja und aus reiner neugier sie haben ramon in letzter zeit nicht zufällig gesehen oder den dörrenkern mit den lila wurstlipen nein den habe ich heute noch nicht gesehen Der Knabe trägt zwar immer schicke Klamotten, ist aber ein rechter Faulenzer, wie man so hört Bestimmt lungert er oben im Bullionsgaststätte rum Wieso sucht ihr nicht dort mal? Nun gut, wenn das der Fall ist, sollten wir am besten gleich einmal in diesem Lokal vorbeischauen Könnten Sie heute Abend noch ein wenig warten, bevor Sie die Haustür abschließen? Keine Angst, Professorschen Heute ist noch ein weiterer Gast gekommen, also habe ich noch ein Zimmer mehr herzurichten Außerdem steht meine Pension einem so fächigen Gentleman wie Ihnen sowieso jederzeit offen Wir sind fäch Wir sind fresh In the fash So, hier ist deine Uhr Oh, ihr habt also meine Armbanduhr gefunden, ja? Selbstverständlich, ein wahrer Gentleman hilft Menschen in Not Wo wir gerade dabei sind, wir sorgen uns noch immer um Ramon und sollten besser weiter nach ihm suchen Ja, das ist nun mal das eigenartige Ensemble Stair Das Dorf ist zwar klein, aber es kann trotzdem sehr schwierig sein, jemanden hier zu finden Manchmal fühlt man sich wie im Labyrinth Apropos Labyrinth, kennt ihr dieses Rätsel schon? Aber wir sollten wirklich Auf der Flucht Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zu sagen, dass ich Labyrinth hasse Meine Orientierungssinn ist für die Gats Ein merkwürdiger Badie treibt ein Unwesen in diesem Teil des Dorfes und flieht vor der Polizei, die ihm nicht auf den Fersen ist Der Pfeil zeigt den Ort an, an dem er das Dorf betreten hat Der seltsame Kerl lebt in seiner einzigen Welt Er hat geschworen, niemals zurück zu gehen oder sich umzutreten Außerdem will er, wann immer an einer Kreuzung kommt links oder rechts abbiegen Anstatt geradeaus zu gehen Wie du siehst, gibt es mehrere Rausgänge, die hier mit A bis G genannt sind Welcher ist der Ausgang, den man bei den keinesfalls benutzen kann? Ach du liebes bisschen Also hier wird er wieder rechts abbiegen Hier wird er wieder abbiegen, hier auch und hier auch Also A kann ich schon mal benutzen, also A ist es schon mal nicht Ich kann nur eine Linie machen, okay Hier würde er abbiegen, hier wird er auch abbiegen, hier wird er auch abbiegen Also G könnte er auch benutzen Dann schon mal hier könnte er abbiegen, hier auch, hier auch, hier auch Dann hier, dann hier Dann hier, 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 hier und hier F könnte er auch schon mal benutzen Hier, 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 E auch Also bleiben nur noch C und P Dann gehen wir mal so hin Also C kann er auch benutzen Dann kann folglich ja nur B nicht benutzen Obwohl er hat ja geschworen, nie zurückzugehen, oder? Ach B ist doch richtig Ich dachte schon, eigentlich konnte er den Rotenfall ja auch nicht benutzen, aber gut Da war mein Ausschlussverfahren ja eigentlich dann doch richtig Stimmt genau, wie du auf der Abbildung siehst, sind die Möglichkeiten des Banditen eingeschränkt, wenn er bei jeder Kreuzung abbiegen muss Demzufolge kann er sich Ausgang B nähern, wie er will Er wird nie hindurch gelangen Ihr seid ganz schön schlau Wenn ihr jemanden sucht, fragt doch mal in der Pension oder im Lokal von Bullion nach Wie ihr wisst, ist die Pension gleich am Eingang des Dorfes Bullions Lokal liegt an der Weggablung im Norden Wir waren schon in der Pension, aber wir sollten noch bei Bullion vorbeisehen Danke für den Hinweis Nun, ich danke euch für eure Hilfe Schön, wenn man so auf seine Mitmenschen zählen kann Ja, das verblügt mal ganz auf unserer Seite, mein Herr Äh, Professor? Will ich mal behaupten Aber das können wir uns ja nochmal angucken So Meisterpads, okay, das ist schon mal richtig Okay Was würdest du sagen? Obwohl Der hat ja schon einen Teppich, also kommt der Teppich schon mal hier hin So So Muziek Untertitelung des ZDF, 2020